Hallo zusammen, die erste Auktion für einen Paratrain Slot auf Polkadot ist im vollen Gange. Wir sind hier mittendrin in Tag 3 der heißen Phase und es sind jetzt nur noch ein Tag, 22 Stunden und 5 Minuten, bis hier der Gewinner feststeht. Und ganz, ganz große Überraschung, wie eng eigentlich das Rennen zur Zeit ist. Letzte Woche, als alles losging, war Acala weit, weit in Führung, Moonbeam abgeschlagen auf Platz 2 und es sah schon so aus, als wäre Acala hier der Favorit. Und das hat sich geändert, seit Moonbeam richtig, richtig aufgeholt hat, sogar phasenweise an Acala vorbeigezogen ist und in Führung lag. Aber immer, wenn Moonbeam vorne liegt, dann legt Acala nochmal ein kleines Schüppchen oben drauf und setzt sich wieder auf Platz 1 fest. Aber Moonbeam deutlich erkennbar im Rückspiegel von Acala und Acala muss aufpassen, dass Moonbeam jetzt nicht einfach vorbeizieht. Ebenfalls, große Überraschung, wie viel eigentlich eingezahlt wurde. Mein Bauchgefühl war ja letzte Woche, dass wir bei 14, 15 Millionen dort maximal pro Projekt liegen. Und das hat sich jetzt definitiv gar nicht bewahrheitet, sondern es ist mehr als das Doppelte geworden. Acala jetzt bei 30,8 Millionen dort, Moonbeam bei 30,7 Millionen dort, auch der Dollarwert der Einlage weit über dem, was ich geschätzt habe. Wir sind jetzt schon bei beiden Projekten jeweils bei über eine Milliarde, Acala 1,27 Milliarden, Moonbeam 1,26 Milliarden Dollar, die hier investiert wurden. Und das, obwohl der Kurs von DOT in der letzten Woche deutlich korrigiert hat, von 53 Dollar ungefähr auf 41 Dollar zur Zeit gefallen. Das im Zuge der gesamten Korrektur auf dem Kryptomarkt. Etwas schade ist das Ganze natürlich für unsere Rewards, denn zur Zeit bekommt man für einen DOT nur noch drei Acala Tokens. Und bei Glimmer sieht es noch schlechter aus, denn hier ist das Verhältnis schon 1 zu 1. Ein DOT ergibt ein Glimmer. Unsere Investition, die wir letzte Woche gemacht haben von zehn DOT Tokens, ist also jetzt nur noch 30 Acala. Da kommen 30 Acala raus von zehn Glimmer Tokens. Das sieht erstmal ein bisschen wenig aus und es ist nicht damit zu rechnen, dass hier schon das Ende erreicht ist. Es wird sicher in der späteren Phase der Auktion nochmal weiter hochgehen, sodass also unsere Rewards weiter sinken werden. Schade, aber wer weiß, was rauskommt. Es hängt ja auch alles ein bisschen ab vom Preis der Tokens, die wir bekommen. Nur, wie ich ja in meinen letzten Videos mal vorgerechnet habe, es ist nicht wirklich damit zu rechnen, wenn man hier realistische Marktkapitalisierung ansetzt der Projekte, dass hier besonders viel jetzt direkt am Anfang vom Fleck weg zu verdienen ist. Das kann sich aber über die nächsten zwei Jahre noch komplett ändern. Niemand weiß, was mit diesen Projekten passieren wird. Welche Rolle die im gesamten Cryptospace einnehmen werden und deshalb einfach mal abwarten. Das Ganze ist ja definitiv jetzt überhaupt kein kurzfristiges Investment, sondern es geht hier eher um eine Langzeitperspektive. Wer gewinnt denn jetzt eigentlich die Auktion? Und das Ganze ist tatsächlich nicht so einfach, wie man denken würde. Denn es ist nicht so, dass quasi der Höchstbietende am Schluss der Auktion auch automatisch der Gewinner ist, wie das ja sonst normalerweise in einem Auktionssauss abläuft. Und um das zu erklären, habe ich hier ein Schaubild gemacht. Hier sieht man also die erste Auktion. Und die erste Auktion, die läuft über sieben Tage. Man sieht hier also auf dem Zeitstrahl, das ist der dicke Balken in der Mitte, Tag 1. Und dann ist die Auktion zu Ende an Tag 2. Und unmittelbar anschließend fängt dann die Auktion 2 an. Und die läuft ebenfalls sieben Tage. Dann kommt noch Auktion 3, 4 und 5. Alle Auktionen dauern fünf Tage und liegen nacheinander. Das ist der erste Schwung der Auktionen. Die laufen also in den nächsten fünf Wochen pro Auktion sieben Tage. Und dann habe ich hier zwei Projekte eingezeichnet, Acala und Moonbeam. Das sind jetzt die Teilnehmer an dieser Auktion. Natürlich können auch noch mehr Projekte teilnehmen, aber ich habe es jetzt vereinfacht und nur zwei Projekte hier genommen. Projekt A und Projekt M, Acala und Moonbeam nehmen hier teil. Und natürlich gibt es noch eine Phase vor den Auktionen und da fangen die Crowdloans an. Das heißt eine gewisse Zeit vor der ersten Auktion beginnen die Crowdloans. Und wir können also jetzt vor der ersten Auktion schon in die Crowdloans einzahlen. Das ist ja auch total sinnvoll, weil man ja ein bisschen Vorlauf braucht für die Investition. Dann kommt nicht ganz so viel Zeitdruck auf. Crowdloans gehen also los vor der ersten Auktion ein paar Tage und laufen über den gesamten Zeitraum des ersten Schwungs der Auktionen. Das heißt also während der ersten Auktion, der zweiten, dritten, vierten und fünften durchgehend kann man in Crowdloans einzahlen. Und dann gibt es noch eine sogenannte Seed-Phase. So habe ich die jetzt einfach genannt. Das ist die Zeit vor den Crowdloans und das ist irgendeine ungewisse Zeit. Je nach Projekt ist in dieser Zeit schon investiert worden von, sagen wir mal, frühen Investoren, weil die Projekte haben ja irgendwann mal als Idee angefangen. Und dann musste ja irgendwie ein Prototyp entwickelt werden. Dann musste Marketing gemacht werden, Dokumentation erstellt werden und so weiter. Und all das kostet Geld. Deshalb holen sich natürlich die Projekte am Anfang auch Investoren rein. Und ich habe das jetzt mal Seed-Phase genannt, aber das ist kein offizieller Begriff. Der kommt jetzt einfach von mir. Das ist die Zeit, in der die Projekte also quasi schon mal Kapital eingesammelt haben. Und es ist gut möglich, dass die Projekte in dieser Zeit auch Kapital eingesammelt haben, um das später in der Auktion einzusetzen, um damit zu bieten. Also auch in dieser Zeit sind gegebenenfalls Einzahlungen möglich, zum Teil eben durch ausgewählte Investoren. Es hat aber sowohl bei Arcala als auch bei Moonbeam Events gegeben, wo man als normaler Investor in eine offene Finanzierungsrunde eintreten konnte und also im Vorfeld schon quasi einsteigen konnte. Und teilweise fließen diese Gelder dann auch ein in die Gebote später. Das ist relativ wichtig, dass man also im Grunde auch theoretisch Gebote sehen kann, die höher sind als das, was im Crowdloan insgesamt eingesammelt wurde. In der Theorie, in der Praxis ist das, glaube ich, bis jetzt noch nicht passiert. Und die Auktion hat dann noch eine sogenannte Ending Period und die fängt an ab Tag 3 und geht bis zum letzten Tag der Auktion, bis zum letzten Moment der Auktion an Tag 7 und das wird später noch wichtig. Jetzt kommen also die Gebote und das erste Gebot ist jetzt von Arcala 10 Millionen Dollar und damit liegt Arcala natürlich vorne, weil ja noch kein anderes Gebot eingegangen ist. Und ich habe das jetzt vereinfacht. Natürlich können hier ganz viele Gebote passieren, aber angenommen jetzt in dieser Auktion kommt das nächste Gebot dann an Tag 3 und das ist von Moonbeam 11 Millionen und damit liegt Moonbeam jetzt also an Tag 3 vorne. Und dann kommen ja noch weitere Gebote bis zum Schluss und in diesem Fall ist es dann Arcala 13 Millionen, liegt also in Führung kurz darauf, bietet Moonbeam nochmal ein bisschen mehr, nämlich 18 Millionen. Damit liegt Moonbeam wieder vorne und dann kommt eben der letzte Tag und am letzten Tag bietet jetzt Arcala 22 Millionen und ist damit dann auch am Schluss der Höchstbietende. Arcala nach dem klassischen Auktionsmodell müsste jetzt eigentlich gewonnen haben. Und das ist aber bei Parachain Auctions nicht der Fall, sondern es wird gewürfelt und über diesen Würfelwurf wird ein zufälliger Zeitraum in der Ending Period ermittelt und das wäre jetzt hier in diesem Fall, ich würde sagen, naja, sagen wir mal Tag 5 irgendwo in der Mitte. In der Mitte von Tag 5, das ist jetzt der entscheidende Zeitpunkt und wer zu diesem Zeitpunkt, der also zufällig ausgewürfelt wurde, das Höchstgebot abgegeben hat, das ist der Gewinner und in diesem Fall, wie es jetzt hier ist, nämlich nicht Arcala, sondern Moonbeam. Moonbeam hätte also in diesem Fall die Auktion gewonnen. Und damit kommt es eben auch nicht wirklich darauf an, wer am Schluss das Höchstgebot abgegeben hat, sondern man kann eigentlich sagen, dass derjenige, der über den längsten Zeitraum der Höchstbietende war, innerhalb der Ending Period hat die größten Chancen zu gewinnen, aber auch diejenigen, die quasi über kürzere Zeiträume hier das Höchstgebot abgegeben haben, haben ebenfalls eine Chance, diese Auktion zu gewinnen. Und für uns natürlich ganz wichtig jetzt der Zusammenhang mit unseren Rewards. Und dafür habe ich jetzt einfach mal hier ein paar Investoren eingezeichnet. Zwar haben wir hier also diese Investorinnen und alle diese Investoren, die jetzt hier kommen, die haben eingezahlt in Moonbeam, in das Gewinnerprojekt. Denn wenn man in ein anderes Projekt eingezahlt hat, wie zum Beispiel Arcala, dann kann es sein, dass Arcala natürlich Auktion 2, 3, 4 oder 5 gewinnt. Und dann wird man quasi in dem Fall auch berücksichtigt mit den Rewards, aber eben erst in den späteren Auktionen. Oder wenn man auf ein Projekt gesetzt hat, das nie gewonnen hat, das keine der fünf Auktionen gewonnen hat, dann bekommt man am Ende der Auktionen, nämlich nach der fünften Auktion, seine ganzen Einlagen wieder zurück. Und in diesem Fall hier, diese Investorin hat jetzt in der Seed-Phase investiert und die Frage ist, wird die jetzt berücksichtigt mit den Rewards, ja oder nein? Und da ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass jedes einzelne Projekt eigene Modalitäten hat, wie die Investoren entlohnt werden. Und das kann von vielen verschiedenen Faktoren abhängen, aber in der Regel ist es so, wenn diese Investorin in der Seed-Phase schon investiert hat, dann wird die natürlich auch Tokens bekommen. Denn sonst macht es ja keinen Sinn, in der Phase schon zu investieren. Also bekommt diese Investorin wahrscheinlich Tokens. Dann dieser Investor hier, der investiert jetzt in die Crowdloans, noch bevor die Auktion losgeht. Und hier ist auch die Frage, bekommt er jetzt Rewards, ja oder nein? Und auch hier, es hängt alles davon ab, wie das Projekt das Ganze gestaltet. Insbesondere auch, was Bonuszahlungen angeht. Man kann zum Beispiel zusätzlich entlohnt werden, wenn man möglichst früh reingeht. Und deshalb hatte ich irgendwie in meinen letzten Videos auch ein bisschen darauf gedrängt, dass man zum 11.11., also wenn die erste Auktion startet, spätestens dabei ist und schon mal seine ersten Gebote zumindest auf die Gewinner hier, auf die voraussichtlichen Gewinner gesetzt hat. Weil nur dann sicher ist, dass man auch den vollen Umfang der Bonus-Rewards bekommt. Aber wenn man zu diesem Zeitpunkt investiert hat, ist es extrem wahrscheinlich, dass man auch berücksichtigt wird. Also damit meine ich, man wird auf jeden Fall berücksichtigt. Außer das Projekt schließt irgendwelche Leute aus, was aber praktisch nicht vorkommt. Aber es ist ganz wichtig zu verstehen, dass die Projekte selber das gestalten. Das macht nicht Polkadot, das macht nicht das Crowdloan-Modul. Die Projekte legen das im Grunde selber fest. Und zwar möglichst im Vorfeld. Und das ist bei Arcala und Moonbeam definitiv passiert. Man hat sich im Vorfeld darauf festgelegt, dass die Leute, die hier an der Stelle in die Crowdloans einzahlen, dass die definitiv auch berücksichtigt werden. Und ganz ehrlich, alles andere würde ja auch gar keinen Sinn ergeben. Weil wenn man jetzt Leute ausschließt, die trotzdem am Crowdloan teilgenommen haben, dann wäre das ja irgendwie grob ungerecht. Jetzt haben wir diesen Cowboy. Und dieser Cowboy, der zahlt jetzt ein, wenn die erste Auktion schon läuft, aber vor der Ending-Period. Und natürlich auch er wird berücksichtigt. Und jetzt kommt eine weitere Investorin und die zahlt jetzt innerhalb der Ending-Period ein. Auch das geht. Man kann innerhalb der Ending-Period einzahlen. Und zwar vor dem Stichtag. Sie zahlt also vor dem Stichtag ein, wo der Gewinner jetzt ermittelt wurde. Das heißt also an Tag 3, wir haben ja gesagt, nach der Hälfte von Tag 5, das ist der Gewinner. Und sie zahlt also vor diesem Stichtag ein. Und natürlich wird die auch berücksichtigt. Und dann haben wir hier diesen Yield Farmer. Und der zahlt jetzt nach dem Stichtag ein. Und auch in diesem Fall kann man sagen, dass dieser Investor berücksichtigt wird, weil er innerhalb der ersten Auktion eingezahlt hat. Das ist die Frage, wer bekommt welchen Anteil an den Rewards. Und auch das legen die Projekte individuell fest. Das wird normalerweise im Vorfeld feststehen, weil sonst kein Mensch investiert. Das Ganze ist ja so eine Reise ins Ungewisse. Und da würde nie wirklich jemand mitmachen. Deshalb wird das Ganze im Vorfeld festgelegt. Und man kann auch sagen, bei allen Projekten, die zur Zeit an den Car-Chain-Auctions teilnehmen und Crowdloans rausgegeben haben, die haben sich darauf committet, dass also egal, wann man einzahlt, man auf jeden Fall berücksichtigt wird. Egal, ob man vor, nach dem Stichtag, vor der Auktion, noch während der Crowdloan-Phase, alle Investoren werden berücksichtigt. Und die Höhe des Pools, also quasi die Gesamtmenge der Einzahlungen, von denen die Rewards abhängen, das ist quasi die Menge der Einzahlungen, die insgesamt am Ende der Auktion zusammengekommen sind. Das heißt, es ist egal, wie hoch das Gebot zum Stichtag von Moonbeam war, es zählt der letzte Tag, die letzte Sekunde. Was da insgesamt eingezahlt wurde, das ist die Gesamtmenge der Einzahlungen. Und daran einteilig, zur eigenen Einzahlung bekommt man die Rewards. Jetzt haben wir hier noch einen Professor. Und der Professor, der zahlt jetzt eben, oder möchte gerne in Moonbeam einzahlen, in der Auktion 2. Der ist also ein bisschen zu spät gekommen. Auktion 1 ist zu Ende. Moonbeam hat gewonnen, aber der möchte da gerne noch einzahlen. Und das geht technisch nicht. Weil in dem Moment, wo Moonbeam gewonnen hat, die erste Auktion zu Ende ist, ist der Crowdloan von Moonbeam geschlossen. Und weil der nicht einzahlen kann, kriegt der natürlich auch keine Rewards. Rewards ist ja irgendwie logisch. Aber wenn dieser Professor in Acala einzahlen möchte, dann kann er das natürlich in der Auktion 2 immer noch. Er kann in Auktion 2 immer noch in Acala einzahlen. Und wenn er in Acala einzahlt, dann ist natürlich ungewiss, ob er Rewards bekommt. Denn Acala muss ja jetzt danach erstmal noch eine Auktion gewinnen. Wenn Acala keine einzige Auktion gewinnen würde, dann bekäme auch dieser Investor keine Rewards. Denn es gibt ja nur Rewards, wenn eine Auktion auch gewonnen wurde. In der Praxis bedeutet das jetzt also, dass man für Auktion 1 noch so lange einzahlen kann, wie dieser Countdown hier läuft. Ich bin hier auf parachains.info.au Link unten in der Beschreibung. Diesen Countdown findet ihr dann am Ende der Seite. Und jetzt hat man also zum jetzigen Zeitpunkt noch einen Tag, 21 Stunden und 42 Minuten Zeit, um in Acala oder Moonbeam zu investieren, weil bis dahin die erste Auktion noch läuft. Und man wird dann also, wenn man in dieser Zeit investiert hat, wenn man 1 Zeit auf jeden Fall auch berücksichtigt, vorausgesetzt natürlich, man hat auf das Gewinnerprojekt gesetzt. Aber ich bin hier auf alles andere . bis dann, 20 Minuten Zeit, ebenso Valiensorden. bis zum jetzigen Zeitpunkt. Bitteschön ist Freie��체 incoming. Bitteschön sind immer der frünen